Hallihallo Leute, es tut mir ein bisschen leid, dass die Hero-Folge leider mit unglaublich grottiger Soundqualität daherkommt. Das liegt an der Microsoft Livecam, die ich leider Gottes als Aufnahmegerät versehentlich benutzt habe. Bisschen Kacke auf jeden Fall, aber ich hoffe, das geht trotzdem klar. Es ist unheimlich übersteuert und richtig grottig von der Soundqualität. Ich hoffe, ihr ignoriert das und genießt trotzdem die Folge. Tut mir leid. Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen zur letzten Folge Minecraft Hero. Die letzte Folge, fuck ey. Was ist denn da los eigentlich? Ich habe das jetzt noch vorbekommen. Das ist jetzt mein Host. Wie? Wie ist das die letzte? Wie? Wie ist das die letzte? Was denn? Wie ist das? Warum ist das die letzte? Hör auf damit. Das ist abo euch, oder? Aua, warte. Nein, Jungs, bitte. Hört doch auf. Hilfe. Was passiert hier? Auf jeden Fall. Leute, was haben wir uns? Ah! Ich sterbe! Ich sterbe! Okay, okay, Kev. Kev, beruhig uns mal wieder. Genau, Kev, erzähl du mal, was wir uns überlegt haben. Genau, wir haben uns überlegt und zwar, weil das leider wegen dem Twilight Forest noch nicht ging, dass wir einfach mal gegen alle möglichen Bosse kämpfen. Und zu diesem Anlass hat jeder von uns einen Spawnei bekommen. Ich habe beispielsweise jetzt die Hydra als Spawnei. Was habt ihr denn so? Ich habe Sheldon, ich habe den Gremlin Shamanen. Ich habe Sheldon. Ich habe Amadeus schon richtig. Ich habe Style und das Geld. Ich habe eins, Spawn, Horse, Dark, Brown, Pie. Okay, und weil ihr seht, dass es überhaupt nicht funktioniert, wenn wir hier so zusammen spielen, gehen wir jetzt alle in verschiedene Channels. Wir gehen jetzt in den End und dann wird der letzte große Finale Bosskampf. Alle gemeinsam. Ich wette mit dir, ich wette mit dir, wenn wir alle, wenn wir rausgehen, wenn wir ins End gehen und die Leute sich in verschiedenen Channels aufteilen, dann werden wir bestimmt so Kriege untereinander machen. Ja, guck mal, das Team da. Guck mal, scheiß, scheiß ungespielt, scheiß ungespielt. Ja, ja, töten, ja. Wer geht jetzt mit wem im Channel? Ich gehe jetzt in den Raum ein, ja, auf meine Seite, auf meine Seite, auf meine Seite, auf mein 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 Seite. Ich weiß aber erst mal, wie die Gruppe sich so aufteilt. Hier sind die coolen, denn... Ja, hier, hallo, hallo. Ich bin nicht cool. Wenn wir durch die City... Ich mag dich nicht, verwirrtes Mama-Kind. Dana, du, warum hast du wirklich Leben? Warte, ich halte dich, Dana, komm her, komm her, komm, Dana, komm, Dana, komm, Dana, komm, Dana, komm, Dana, komm, Dana, Dana, heiluk, hee, 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 hee. Dana, komm, oh mein Stirnband. Ich glaube, unsere Gruppe wird wirklich die gefährlichste Monster spawnen von allem. Ja. Wo ist Malte? Also, ich habe die Hüte da, ne? Mein Fährt, weil ich alle... So. Hey, was mit Malte? Malte muss kommen. Ah, Rotpilz, hey. Hi, ha, hallo, hallo. Hey, Moment, Malte fehlt. Ich glaube, ich werde mich wieder hängen hier, komm. Also, was passiert jetzt überhaupt genau? Ich weiß es noch nicht. Ja, wir gehen ins Nether und ich weiß, ich dachte eigentlich, jeder kämpft gegen jeden Boss, aber wahrscheinlich wird sowieso jeder alles spawnen, was er direkt hat. Und dann wird er mal ein übelstes Gemäckse. Ja, aber wahrscheinlich... Haben Sie aber auch nicht so schon verstanden, dass das hier die letzte Folge Hero überhaupt ist und danach flüssig? Ich glaube nicht. Weil das wurde irgendwie noch gar nicht gesagt, aber jetzt habe ich es einfach mal gesagt. Doch, ich habe auch schon gesagt. Also, ich glaube, sie mal meinte das. Ja, genau. Wo sind denn die anderen? Ich würde gerne nochmal schauen, weil es die Juno sagt. Ja, Jungs, okay. YOLO, auf geht's. YOLO, geht los. Also, mein Ziel in dieser heutigen Aufnahme ist, es Gommel zu töten, äh, mein Endpost zu töten. Ey, das ist wie in der Disco, Alter. Keiner kommt durch die Tür. Krasse Sache. Mach eine hier auf die Tür stehe, komm. Parte, parte. Ich bin da. Oh, 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 oh. Die Stin kommt nicht rein. Ausweis, bitte. Nein, ich werde sterben. Es ist der Hydra. Flug, 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 Flug. Ach, du Scheiße. Die Hydra ist da, Baby. Ach, du Kacke. Oh mein Gott. Hört doch, übertreibt doch nicht. Oh Gott. Es sollte ein Ur-Gast gespawnt werden. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie die aussehen. Ach, du Scheiße. Beine Hydra sind verkackt. Jungs, Angriff auf die Hydra, auf die Hydra. Oh, Scheiße. Ah, die Alien-Creeper. Oh, die Creeper. Ach, du heilige Scheiße. Ich kann die Hydra ziehen. Hilfe. Mich was... Ah, die Haarbringer verfolgen mich. Oh mein Gott. Scheiße, 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 Scheiße. Kev ist tot. Kev ist tot. Was zum Teufel. Oh mein Gott. Gomme, guck mal hier. Gomme. Gomme, hast du das gesehen? Gomme, guck. Loll. Man kann nicht mit Waterstuff durch die Gegenschubs. Die Riesenspinne und so. Also Leute, man darf respawnen. Deswegen bitte ich euch, einfach mal den Hate zu lassen. In den Kommentaren. Herr Kev, du darfst das nicht? Nee, Kev. Nee, Kev. Was, die Hydra kann fliegen? Gomme, hast du... Mein Schwert hatte keinen Seelen gebunden. Gomme, pass auf die Spinne. Gomme, pass auf die Spinne auf. Ich hab die eben gespawst. Ich hab die eben... Ich hab... Schelden ist das. Schelden. Loll. Loll. Was verfolgt mich denn für einer? Ey, hat jemand mein Schwert eingesammelt? Hilfe, Alter. Das ist so ein Chaos. Ah, ich will jetzt unbedingt irgendwo gezielt Alien-Creeper spawnen. Kleiner Wichser. Oh mein Gott. Er macht nicht viel Schaden. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Oh, ich bin gefragt, Hydra. Was ist denn die Hydra? Loll. Das hat die Sieben-Koß getötet. Mal an Hydra, ey. Loll, ich hab den Stubsen. Twilight King? Was? Dieser Twilight King, der tötet, der hielt doch alle. Hä? Hydra war stahllos bei dir, bleib doch mal wo du bist, ja. Oh fuck, Jungs, Jungs, ich sterbe jetzt gleich. Wollen wir die vergiften, oder wie? Wie kriegt man Hydra down? Nein, 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 ihr müsst, ich weiß, wie es mit der Hydra geht. Ihr müsst mit der, auf die Köpfe, auf die Köpfe, der Hydra, auf die Köpfe. Kein Witz. Auf die Köpfe. Okay, das Ding ist, ich weiß nicht, wieso ich mein Schwert nicht wiederbekommen habe. Ja. Weil, es ist nicht da, es würde sehen gebunden worden. Oh, Hydra bekommen wir aber. Oh, das ist jetzt schon gestorben. Oh mein Gott, ich greife es jetzt nur. Warte, ich werfe Granaten auf die Hydra. Ja, das wird sich toller, was die da macht, ja. Oh Gott. Kraft irgendeiner den Drachen? Warte, kann ich die Hydra hirn? Ja, ein bisschen. Oh, Enderman. Ich kann die Hydra hirn, mit dem Herzschlapp. Nein, ich heile die hoch. Ich heile die hoch. Kein Föder auf, du vollidiot. Oh mein Gott, Alter. Kammer, du hast keine Nut auf. Wie? Oh, verdammt. Was sind das denn, Mammuts? Wieso brennt hier Mammuts? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich habe diesen Faltäter. Ich kann einen bombardieren hier irgendwie die Hydra. Fuck, stopp ich. Ich kann Bomben umherwerfen. Krass. Oh Gott. Die ist richtig krank. Und dahinter ist da ja nochmal eine Hydra irgendwie, so ein Hydra-Head irgendwie. Ja, die Hydra, die hat viel mehrere Köpfe und so mehr Köpfe wir abschlacken, desto schlechter wird die. Aber die kriegt immer neue Köpfe, deshalb können die auch mehr angreifen. Das ist ein bisschen behindert. Hier. Alter. Die müssen wir rausstellen, was sind das für Köpfe hier? Die müssen wir irgendwie aufs Ende bringen. Kann mich jemand von euch schreien? Ja, die Hydra ist tot, die Hydra ist tot, die Hydra ist tot, Jungs. Okay, okay, habt ihr Bock auf so ein paar Späten? Warte mal, pass auf. Eins, zwei, zwei. Da, es geht los. Kommt schon. Wie viele? Ja. Noch fünf Stück will ich sehen. Ja, Harry Potter. Das ist auch ein bisschen herrisch. Zack, zack. Oh mein Gott. Wir haben auch keine Lust. Alter. Ich muss geheilt werden, Jungs. Ich brauche geheilt, ich brauche geheilt, ich brauche geheilt. Oh mein Gott. Ich brauche geheilt, ich habe nichts zu essen. Zwei Herzen. Oh, Junge. Oh mein Gott, der Drache ist gerade so knapp unter mir her geflogen. Alter. Oh, was sind das denn für Geister? Oh mein Gott. Pfeff, hast du wenig Leben? Ich habe nichts zu essen, weil ich ja schon gestorben bin. Es sind nur noch zwei Herzen. Wo bist du, wo bist du? Alter. Bei Rotpilz, meinst du, 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 Geister, Kef, hast du noch eine gespawnt? Boah, ist alles dunkel, ich sehe nichts. Ich stelle mich jetzt außen hin, ich stehe eigentlich alleine. Kef, wo bist du denn? Dann helde ich dich. Bei Gomme jetzt. Felix, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Wir noch, achso. Dehme, Felix. Warte, Kef, ich kann dich auch erhilen. Ja, du wirst du doch stehen. Gomme steht neben dir und der sagt nichts. Uiuiuiui. Danke. Äh, was denn das hier vorne für Sachen, Jungs? Ach, das sind diese... Ach, diese Schamanen drücken. Oh, die Scheiß... Oh, die Spinner zieht an. Was ist das denn hier? Oh, lol, ich hab einfach mal einen Ender-Giant-Squat von irgendjemanden bekommen. Sharpness 5, Lockdown 2, ja, echt? Ja, ich hab nämlich kein Schwert. Komm her, komm her, komm her. Ich kann dir die Schamanen einfach nicht angreifen. Alter. Ja, ich werd weg von den Schamanen weggedrückt. Ich auch, ich auch, warte. Man kann... Oh mein Gott, Alter, was ist denn das für... Man kommt da gar nicht jetzt. Wie geil. Hier fliegt so ne... Das ist ein Wither. Wow. Felix, Felix, Felix. Boah, wo ist er hin? Hilfe, was passiert hier, Alter? Mir fliegt so ne Sente hinterher. Mir fliegt ne Sente... Blut und sowas. Ach du Scheiße. Was denn? Oh Gott. Das ist ja richtig übertrieben. Komm. Oh, mein, das Gehäste. Oh, was ist denn da? Oh mein Gott. Oh, wie viele Schamane sind denn hier? Hey, vermehren die sich irgendwie? Ich hab den immer weggedrückt. Oh, nee. Man kann die überhaupt nicht töten, Jungs. Ich brauch was zu essen. Ich würd gern den Drachen da hinten angreifen. Boah, die Schamanen verfolgen einen regelrecht, ne? Das sieht aus wie Space Invader, Alter. Wen kannst du so schießen? Junge, das ist so krank. Die Schamanen, mit wegen denen kann man gar nicht mehr richtig laufen. Joa. Oh mein Gott. Ah, was zum Teufel ist das denn für die Scheiße? Ich werd sterben. Oh mein Gott. Kommt auf den hohen Tower mit drauf. Das ist ein Battletower-Golem. Der hat mein Schwert geklaut, der Mistkörper. Das ist so ein Raremore-Battletower-Golem. Kommt mal mit nach oben auf den hohen Turm. Kommt mit. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Ich werd die gleich runtergestoßen. Auf den Steinturm. Auf den Steinturm. Nein. Ich will nicht ins Ende. Kommt mal, komm mal, komm her. Kommt mal hier. Kommt mal hier. Oh, Hilfe. Hier, komm mal. Komm hoch. Kommt mal, flieg hoch. Wird hier weggedrückt. Ich brauch was zu essen aus den Kisten. Kev, Kev, bist du noch oben drauf? Ich bin auf dem Tower. Rumpel, rumpel, rumpel. Gib mir mal bitte ein Schwert. Ich hab, der muss mein Schwert gehabt haben, Felix. Hier, da. Ich bin da, ich bin da. Essen, habt ihr was zu essen? Hier, hier. Kommt mal, nimm was zu essen. Diese Endermedal-Jungs irgendwie werfen. Nein, nicht werfen. Oh, oh, oh. Was ist das? Fuck. Fuck. Was passiert denn mir? Passiert nichts, passiert. Was zum Teufel. Oh mein Gott, das war so knapp. Alter. Komm mal, was soll die Kacke. Das ist noch ein Wither, das ist noch ein Wither. Ich wusste nicht, was du damit machst. Oh, mein Gott. Dena, lebst du noch? Der hat ausgemacht, der hört uns nicht. Das wurde ihm zu viel. Oh, jetzt überall Lava. Jawohl, der Schamanen ist down hier unten, unterm Tower. Komm schon, komm schon, komm schon, stirb. Ich brauch, ich brauch Heilung, Alter. Der Wither ist, der Wither ist down, der Wither ist down. Hört den Schamanen. Die Schamanen sind so nervig. Deadcheap, hat jemand ne Waffe für mich? Oh, ich bin da ganz kurz unten in einem anderen Channel. Dena ist wieder da, welcome back. Felix. Ich hab mich gemütet gerade eben. Felix, ich hab dir gerade eben das Leben gerettet, das hast du nicht mitbekommen. Wer? Ich. Oder für Oatpilz. Ich dir. Ich habe dich eben gehealt. Was hast du? Oh, danke sehr. Der Enderrach ist fast tot, der Enderrach ist fast tot. Weiter drauf machen, kommt. Ich hab einfach keine Flugstäbe mehr. Ging nicht, hat man einfach gar keine Chance. Ja, null. Ja, die Gremlins machen, der Enderrach ist so gut wie tot. Jungs, komm weiter. Oh, fuck, ey. Das ist richtig schwer. Der Enderrach ist tot. Oh mein Gott, seht euch das an. Jawohl, erfahrungslosch. Ah, schnell durchs Portal, schnell durchs Portal. Oh Gott. Oh Mann, das ist ein Zeichen hier mit dem Ender Dragon. Krass. Man kommt einfach fast gar nicht dahin. Die haben mich reingedrückt, ins Ende. Die Schamane haben mich ins Ende reingedrückt. Ich bin auch am Ende. Das war Minecraft Hero, meine Freunde. Bei mir zu Ende ist. Ich hab, persönlich hab ich selber nicht viel erreicht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war trotzdem spaßig. Oh, schön. Ich will nicht sterben. Ich will in das Scheißportal rein. Ich besuch nochmal kurz den. Na, wo ist der denn? Hä? Hallo. Hallo, Attacke. Leute. Weißt du, wo der Enderrache gar gestorben ist? Der Enderrache ist gestorben. Wenn ihr es schafft... Warte. Ich bin schon drin, Simon. Achso. Ich bin auch schon gerade drin. Wenn ihr es schafft, ins Ende zu kommen, dann muteet euch einfach und sagt eure persönliche, sozusagen eure persönliche Abschlussworte. Das ist doch der Teuer. Okay. Nein, ist klar. Oh, welche? So, meine Freunde. Das war's von mir. Meine Minecraft Hero. Und ja, ihr seht hier im Abspann. Persönlich habe ich selber bis jetzt nicht viel erreicht im Projekt. Ich habe weder großartig getötet noch großartig was gebaut. Werden wir aber für das neue Projekt einiges vornehmen. Das Projekt habe ich schlichtweg einfach ein bisschen verkackt. Genau wie beim Megaprojekt. Neuer Projekt werde ich auf jeden Fall deutlich besser nutzen. Und ja, selber bin ich auf jeden Fall ziemlich froh, dabei gewesen zu sein. War ich eine coole Zeit, viele coole Leute kennengelernt. Und ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Ja, was soll ich sagen? Im Endeffekt, ich bin einfach nur buff und es ist mega cool, dass das alles noch so am Ende noch gut gegangen ist. Und ich habe mich echt auch gefreut, dass das Hero bei euch so gut angekommen ist. Und ich werde jetzt auf jeden Fall den Craft Attack und den neuen Projekt richtig hart durchstarten. Craft Attack läuft gerade richtig gut, macht mir richtig viel Spaß. Kommen jetzt auch noch viele neue Leute dazu. Und ja, ich bin ein bisschen buff, dass das Ganze jetzt so plötzlich vorbeigeht. War wirklich super, super cool. Vier Monate waren das jetzt circa Minecraft hier. Gehen wieder durch die komplette Szene und alles Gute, meine Freunde. Ich labere ja in Müll. Ich verabschiede mich jetzt hier mit einem fröhlichen Tüüüü, blöden Wichser. Auf Wiedersehen. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020